im ich bin bislang jetzt ist er heiß alter ich schreibe gerade noch auf whatsapp mit leuten ich habe echt auf whatsapp kurz geschrieben das ist doch mal klar, immer wenn ich etwas frage und es kommt nur an dann weiß ich dass du auf whatsapp bist ne jetzt weiß ich gar nicht auf whatsapp also ich habe schon mal geschrieben ich bin gespannt wie ich das hier alleine machen soll auf dem spandau wenn ihr auf dem team landet ich habe es verkackt ich bin hier auf dem berg ich muss ja jetzt auch spandau kommen ach, du bist doch schon der einzigart im maimax sind noch mehr leute gelandet? ich habe schlechten loot wie es bei dir guten loot ne goldene scar das ist doch schon wieder gelogen sorry schon ne du hast einfach so ne goldene scar ich höre es nicht genau dann lege ich mir zufall mal frage ob du guten loot hast ich habe jetzt doppelt blaue pump gun und freundlich da ich habe jetzt doppelt blaue pump gun und freundlich da also jetzt ist halt gg ne ist halt auch die frage der glaubwürdigkeit ob die gegeben ist ob die nicht ist es so dermaßen heiß ein bisschen schlechten loot wegen dir oh mein gott acht gegner vor mir daneben ja jetzt wird es schon ich habe alles daneben geschossen wegen dir und ähm so wunschpunkte hattest du doch auch sag mal sprossen fuck ey die kommen jetzt zu mir gell ich habe es getroffen oder die kommen zu dir stimmt die wollen gar nicht mehr geil hast du ganz klasse gemacht alle füllen ja schon wieder richtig auf die eier ja oh das ist ein schwitzer fuck vorbei sehr gut fuck wo ist der andere der ist abgehauen mit dem jump head aber das jump head ist weg echt ja ja ich habe das jump head genau dahin gebaut wo meine rakete untert ist hier noch ein gegner ja ich gehe den jetzt ein bisschen disrespekt wir müssen die zone kennst du nicht das sams max ja klar kann ich das sams ja das war sein vater so war sein sohn nur taschenbier war der vater vom sams der hat es auf jeden fall gefunden keine ahne wo woher kommt das scheiß sams her wer das erfunden weiss nicht so wie pubuckel woher kommt pubuckel her drei gegner neben uns fokus jetzt wo Norden 330 scheiß die wand an sind das vier viele ja lass erstmal in die zone gehen wir haben 40 sekunden mach ich mir auf wenn ich einen jetpack so habe ich das nicht benutzt komm 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 fokus 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 der erste schuss muss sitzen ich habe ne Junge die bauen sich da ein und du willst jetzt einfach warten treffer treffer scheiße treffer und der fahrt kommt jetzt in die zone hä headshot einer jump head einer haut ab Dann gönne ich es mir. Oh mein Gott! Arbeiten. Down. Der eine muss jetzt heilen, sonst kommt der nicht mehr durch. Oh nein, jetzt habe ich Leben verloren, weil du mich genervt hast. Weil ich dich? Alter. Ist der jump? Der ist da hauen, der scheiß, da war ja noch ein Ding. Er gibt viel Schaden. Du warst nicht sanft. Ich kann nicht in die Zone rein, Mann. Hast du noch einen Redefact? Ja. Ich habe einen, ich habe einen. Nur noch drei Lagerfeuer. Drei Stück. Ist das geil oder ist das geil? Sahne. Hier. Hier werde ich hinbauen. Bau was, bau was, bau was. Warte. Der Junge. Du hast doch einen Jetpack. Fieg doch einfach hier rein. Von oben. Nein, das ist mein letztes Jetpack-Tank. Was ist das für deutsch? Ich habe keine Chance, ich habe keine Waffe. Ich habe keine richtige Waffe, das weißt du, ne? Ich habe alles für den Jetpack aufgegeben. Was macht der Pasta? Der haut einfach die ganze Zeit ab, Mann. Ist hinterher. Ich habe keine richtige Waffe. Nein, wir killen jetzt erstmal die Leute hier. Der hat seinen Double Pump gemacht schon auf die Eier. Ja. Über mir. Ich habe ihn geblockt. Ich bin wie der größte Schlitter. Ich habe ihn. Nachbar. Nice. Elite. Tolle Punktzahl für dich in der Situation. Komm, jump mir nochmal herunter Platz. Das gar brauche ich. Ich brauche eine richtige Waffe. Wir müssen los in die Zone. Das Jumphead. Ich habe gar nichts, ne? Ich habe 32. Ich bin ein Witz. Ich habe noch ein Mini-Schild für dich. Ich bin nicht schneller als die Zone. Ich bin ein Witz in dem Game. Ja, weiß ich. Wieso lade ich nach? Ich werde hier sterben. Nein, er ist ein Jumphead. Du hast ein... Junge! Du musst sagen, dass da ein Jumphead ist. Ich sage... Ey, Chat. Wie oft habe ich gesagt, dass es dreimal ein Jumphead ist? Ich habe es dreimal angesagt. Junge, ich sage dreimal das ein Jumphead. Wenn du jetzt stirbst... Oh Gott. Junge, ich habe es gecallt. Der Chat kann es bezeugen. Ich habe gesagt, Max, da ist ein Jumphead. Kann ich nicht holen. Ich habe es dreimal gesagt, da ist ein Jumphead. Warum hörst du mir nicht zu? Oh. Okay. Jetzt habe ich gar keinen Boatmänner. Was? Wie kommt es nicht rein? Sehr gut. Sehr gut, Chatstroh. Weitermachen. Sehr gut. Ich habe den Headshot mit mir gesehen. Ich habe den Headshot mit mir gesehen. Alter Chef Strobel Du bist gerade dabei Dein gefailtes Jump es wieder gut zu machen Wir haben mehr drin 1 gegen 1 Das schaffst du jetzt Gefälligst Wo ist der denn her Hast du ein freies Schussfeld gehabt Muss man da nicht ballern Töte ihn Oh Gott Oh Gott Der der die ganze Zeit abhaut Ist der Abhauer Ja Wollt nicht sterben Was machst du jetzt Hast du seinen Raketenwerfer auf Er kann übel werden Wo ist denn der Geil Sauber Gut gespielt am Ende Gut gespielt 7 Tilt Alter Das war der 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 die ganze Zeit weggeflogen ist von uns Aber ich hab wirklich gesagt Da ist ein Jump head Max Ich weiß nicht ob du das nicht gehört hast Er ist komplett gecarried Ja gut Ja gut War aber auch zu erwarten als Sieger von Baal Oh Das Jump head war deine Schuld Ich hab Chef Strobel Nichts gehört Ich hab nichts gehört Und auf einmal ist der Typ weg Und ich bin da übel im Sturm Du sagst ey ich hab nur so wenig Leben Ich sag ey da vorne ist ein Jump head lass das nehmen Ey Max da vorne ist ein Jump head damit ist er weggeflogen lass das nehmen Was sagst du Hey da ist ein Jump head Ich hab wirklich nichts gehört Nichts Vielleicht Weiß ich nicht Vielleicht nicht das einmal dass ich dir ruhig zuhöre Was sagst du dazu Ja da hast du echt nicht zugehört Er hat aber auch nichts gesagt in dem Jump head Ja Ich hätt schwirke er nicht gesagt Rennstrecke Da ist wenigstens ein Wagen Wir müssen ja immer was Wagen Ja davor hatten wir alle dann kommen vier Teams Die merken wenn wir einen Wagen haben Ja das stimmt Die haben einen Wagenretter